Hallo, was ist denn da, wo ich und wir kommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingestellt hast hier zu einer weiteren Challenge. Jawoll, es geht zu einer weiteren Panini FIFA World Cup Katar 2022 Sticker Challenge. Das ist der Punkt. Der grüne Ninja, der grüne Ninja Lloyd hat uns eine Challenge vorgeschlagen. Mit 14 Likes sogar. Also eines der Top-Kommentare der letzten Challenges. Ich weiß nicht, von welchem Video das war. Ich gucke einfach in den Kommentaren. Also bei YouTube hat man ja diesen Kommentarbereich und da sind alle Kommentare aufgelistet. Und dann speichere ich mir da jetzt nicht, von welchem Video der Kommentar war. Aber auf jeden Fall hat der grüne Ninja Lloyd kommentiert, in 20 Packs wie viele deutsche Sticker. Wie viele DFB-Sticker in 20 Packs. Ihr wolltet diese Challenge, ihr wart dafür. Deswegen machen wir diese Challenge heute. Und falls du Bock hast, auch die neuen WM 2022 Sticker auszupacken, zu sammeln, zu tauschen, einzukleben. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Der führt euch zum Panini Online Shop. Da gibt es, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 verschiedene Bundles. Ich habe euch das DFB-Bundle verlinkt. Ihr könnt aber euch natürlich durch die anderen Bundles auch sehr gerne klicken. Ich empfehle euch aber das DFB-Bundle. Aus meiner Sicht lohnt sich das am meisten. Da habt ihr direkt Hardcover am Start. Da bekommt ihr die limitierten Deutschland-Sticker mit nummerierten Stickern. Also das ist aus meiner Sicht das beste Bundle, was es gibt. Genau. 20 Packs. Wie viele Deutsche? Ich sage 5. Es ist hoch gegriffen. 5 deutsche Sticker ist schon aus 20 Packs viel, glaube ich. Was sagt ihr? Wie viele deutsche Sticker ziehen wir? Kommentiert, schreibt es in die Kommentare. Und wir gehen rein ins erste Pack. Und starten mit dem französischen Torhüter Mike Maikner. Dann haben wir Serbien Philipp Duricic. Lautaro Martinez. Argentinien-Logo. Und Jan Sommer. Dann geht es weiter mit Joachim Mehle. Karim Benzema. Geiler Typ. Geiler Spieler. Geiler Angreifer. Geiler Stürmer. Geiler Fußballer. Fatabu. Stadion. Und Ophori. Habe ich noch irgendwas vergessen bei Benzema? Benzema. USA-Logo. Australien-Logo. Lucas Paqueta. Korea. Matchesfot. Und Kamerun-Logo. Dann haben wir Shang-Hung-Hung-Won. Armarte. Chuameni. Rodriguez. Und Mohamed Drega. Und Mohamed Drega. Wo sind die Deutschen? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Adam. Dakart. Bilel Iva. Axel Witsel. Bar Hebri. Und das Frankreich-Manchas-Foto. Sergei Busquets. Australien-Manchas-Foto. Amrabat. Baloi. Und Kamerun-Manchas-Foto. Jetzt wird's ne. Ich glaub wir sind jetzt fast bei der Hälfte. Würde ich schätzen. Benjamin Pavard. Japan-Manchas-Foto. Wurstich. Jason Denaya. Und Torgen Hazard. Einen Bundesliga-Spieler hätten wir jetzt. Aber. Darum geht's nicht. Piotr Zelinski. Dejan Lovren. Argentinien-Manchas-Foto. Rafinha. Und das Deutschland-Manchas-Foto. Da haben wir ja direkt elf deutsche Spieler mit einem Schlag. Oder? Ne. Würde ich sagen. Zählt als ein deutscher Sticker. Oder ein deutscher Spieler. Wie viele Deutsche in 20 Packs ist ja ein deutscher Sticker. Also ein deutscher. Auch wenn's jetzt kein normales... Also ein normales, richtiges Portrait-Sticker-Dings-Gedönse ist. Rafael Guerrero. Nagatomo. Kanada-Manchas-Foto. Doniel Henry. Und Juranovic. Bin ich jetzt wirklich schon bei der Hälfte? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Jetzt bin ich bei der Hälfte. Zehntes Pack. Ah, Deutschland. Madivo. Marc-André. Ter Stegen. Moin, Meister. Dann haben wir... Jawoll. Leroy Sané auch direkt hinterher. Let's go. Eben gerade noch bei einem. Jetzt bei dreien. Und mein Tipp war... Mein Tipp war... Fünf deutsche Sticker. Da sind wir jetzt nah dran. Luke Shaw. Stadion. Serginio Dest. Und Christopher Nkunku. Auch ein geiler Typ. Geiler Spieler. Geiler Angreifer. Äh... Geiler Fußballer. So. Breel Embolo. Gehen mal wieder die Grüße raus an Henrik Schuster. David Klaassen. Castelletto. Asmun. Und Bernardo Silva. Dann Matt Luthi. Zählt als deutscher Sticker. Zählt als deutscher Sticker? Aber es ist das deutsche... Es ist das DFB-Logo. Avuzic Johnson und das Spanien-Shiny-Logo-Sticker-Gedönse. Auf damit. Komm. Einer geht noch. Schul Hong. Akarius Milik. Abed Zadeh. Pezella. Und Abdu Rizak. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Aloe Weiß. Bruno Van Anz. Aldazari. Randoniet. Und Gommis. Alfred Gommis. 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 Komm. Gön. Bonachsosa. Afif. Chakiri. Preciado. Und Aaron Moy. Komm. Jetzt aber. Furuyashi. Salil Yussis. Salman. Mendes. Jude Bellingham. Geiler Sticker. Geiler Typ. Geiler Mittelfeldspieler. Geiler Fußballer. Jawohl. Ili. Göni. Ilkay Gündogan. Macht die Nummer 5 komplett. Chakiri. Anthony. Und Armani. Und 2 Packs haben wir noch. 2 Packs haben wir noch. 10 Sticker. Also Potenzial. 10 deutsche Sticker. Kritschowiak. Martin Boy. Aber das wäre auch zu brutal gewesen. Stellt euch mal vor. 2 Packs. 2 mal komplett. Ein Deutschlandpack. Das ist. Glaube ich. Unmöglich. Oh. Es ist der rote. Vorsichtig. Dönitz. Es ist der nächste Extra Sticker. Und es ist wieder ein Extra Sticker den ich noch nicht habe. Saugeil. Luca Modric. Also zählt jetzt natürlich nicht jetzt für die Challenge. Aber trotzdem geiler. Geiler Sticker. Aber. Ich. Ich hatte einfach recht. Ich hatte einfach recht. Man mag es kaum glauben. Aber ich hatte recht. Und ich gebe euch ja immer den. Wenn ich einen Extra Sticker ziehe. Gebe ich euch immer den Extra Sticker. Update. Gavi. Waran. Gravenberg. Modric. Vier rote. Und ein Bronxenden. Robert Lewandowski. Das sind meine Extra Sticker. Ähm. Ja. Also. Das war es. 5 deutsche Sticker haben wir gezogen. Aus 20 Packs. Leute. Grünen Ninja. Vielen Dank für deine Challenge. Lasst super gerne ein Like. Da lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise. Bei der nächsten Folge. Vom Let's Collect. Beim nächsten Unboxing Battle. Bei der nächsten Blatt Challenge. Beim nächsten Video. Hier auf meinem Kanal. Also Männer. Von Frauen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Ich bin da raus. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020